Weihnachtslieder auf der Gitarre spielen und begleiten von Ilona Hofbauer, Tunes der Rekords Musikverlag. Das üppig ausgestattete Notenheft zum Mitsingen und Mitspielen für Gitarre und andere C-Musikinstrumente, wie zum Beispiel Geige, Flöte oder auch Keyboard. Jeder Titel liegt in drei Versionen auf den beiden den Heft beiliegenden CDs vor. Videobeispiele auf einem Rom-Track von CD2 führen die Begleitmuster zu den Stücken vor. Wahlweise kann man die Weihnachtslieder in einer Notation inklusive Tabulatur oder auch ohne Tabulatur in der einfachsten zu spielenden Gitarrentonart durchspielen. Die Texte der Weihnachtslieder stehen dabei direkt unter den ausnotierten Melodien. Akkordsymbole und Akkordgriffdiagramme runden das üppig ausgestattete Weihnachtsliederheft ab. Weihnachtslieder auf der Gitarre spielen und begleiten von Ilona Hofbauer ist ab dem 12. November 2012 beim Musikalienfachhändler erhältlich oder direkt beim Tunes der Rekords Musikverlag. Ein Link befindet sich hier eingeblendet im Video bzw. direkt unterhalb dieses Videos. Musik Untertitelung. BR 2018